Ein Sturm zieht auf. Krieg liegt in der Luft. Nun, da der kaiserliche Thron verwaist ist, hängt das Schicksal ganz Tamriels vom Willen eines einfachen Gefangenen ab. Das Böse erwacht. Ein lange verbanter Feind regt sich. Die Mächte, die nach Tamriels Zerstörung trachten, suchen jene, die ihren dunklen Plan gefährden. Und so greift der lange Arm des Todes um sich. Wir schreiben das 582. Jahr der zweiten Ära. Die Trommeln des Krieges dröhnen. Hier beginnt unsere Reise. Sie sind scheinen Y7-Jun. Nöhan devint unsere Reise. Ja! Waaah부! Can I die this time? D that's far! Untertitelung des ZDF, 2020